So, gleich geht's los mit Taff. Wir sind sowas von bereit. Und wir haben diese Themen. Wie mehr gibt es gleich hier bei uns? Ist das, bis gleich. So, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Berliner Manfred Guillo. Der ist nämlich in die USA ausgewandert und hat sich dort seinen absoluten Kindheitstraum erfüllt, Polizist zu werden. Ja, aber nicht nur das. Er ist tatsächlich der erste deutsche Polizeichef in Texas. Da, wo jeder Zweite eine Knarre trägt und da, wo nicht jeder so richtig mit seiner offenen Art umgehen kann. Ja, wir haben den selbsternannten Germinator begleitet. Welche Lebensmittel können Sie überhaupt nicht ausstehen? Was ist bei dir? Innereien oder sowas. So, es gibt jetzt eine offizielle Studie und die sagt, welche die meistgehassten Lebensmittel der Welt sind. Ja, es gibt sie, ne? Diese Lebensmittel, die man entweder liebt oder komplett hasst. Welcher Promi zum Beispiel nicht mal Pizza mag. What? Bitteschön. So, jetzt passen Sie mal gut auf. Go-Go-Tänzerin, Assistentin in einer Quizshow, ne gefloppte Moderationskarriere, Nacktmodel und danach Weltstar. Nicht schlecht. Ja, das ist der Lebenslauf einer sehr bekannten Sängerin. Und welche Stars tatsächlich auch noch irgendwelche Karriereleichen versteckt haben, wir haben sie zum Glück alle gefunden. Was bei den Promis wieder los war, das verraten wir Ihnen jetzt und zwar im Tough Klatsch. Bei uns geht's jetzt auf jeden Fall sehr praktisch weiter. Alle mal die Hände hoch, die gerne putzen. So, und genau deshalb sind gerade Haushaltsroboter sehr beliebt. Ja, Sauger kennt eigentlich jeder, aber wie sieht's mit den Wischgeräten aus? Wir haben beides mal für Sie getestet und zeigen Ihnen, wie Sie beim Kauf auch noch ordentlich sparen können. Ja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, jetzt heißt es ja auch Alarm. Jetzt kommt nämlich unser Gewinnspiel. Und das hat es in sich. Wir haben tolle Sofortgewinne. Wir müssen nämlich ein bisschen Platz in unserem Gewinnspiellager machen. Und heute gibt es 40-mal ein iPhone 11 Pro. Alles, was Sie machen müssen, ist anrufen. Und zwar unter der 01379 788 788. Ohne Kennwort, ohne eine Frage zu beantworten. Und das Beste ist, Sie erfahren direkt am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Da verspreche ich mich schon so aufgeregt. Das ist nicht schlimm. Wir drücken ganz fast die Augen. Viel Glück. Da sind wir wieder zurück bei Taf. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihre Wohnung auf einer Homesharing-Plattform anzubieten? Ja, super. Die könnte nämlich dann genau so aussehen. Ja, tatsächlich hat ein Vermieter seine Bude so vorgefunden. Homesharing ist ja total im Trend. Über 700.000 Touristen haben allein im letzten Jahr in Berlin eine Ferienwohnung gebucht. Klingt wirklich ganz toll, hat aber auch so seine Schattenseiten. So, Ladies and Gentlemen, jetzt haben Sie noch mal die Chance, hier bei unserem Gewinnspiel richtig abzuräumen. Wir haben tolle Sofortgewinne, nämlich 40 Mal ein iPhone 11 Pro. Alles, was Sie machen müssen, ist anrufen unter der 01379 788 788. Ohne Kennwort, ohne eine Frage zu beantworten. Und Sie erfahren direkt am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Ganz wie Glück. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei Tuff. Sie sieht aus wie eine Beyoncé, sie performt wie eine J-Lo, aber sie trifft leider keinen einzigen Ton. Herzlich willkommen in der Show FameMaker, denn genau so hat sie es bis ins Finale geschafft. Und Juror Teddy sagt aber trotzdem, er macht sie zum Goldkehlchen. Wie hat er uns verraten? Ja, das wird spannend heute Abend. Richtig spannend. Das wäre auch eine Show für mich. Kann auch nichts. Egal. Super Idee. Ich kann morgen wieder Tuff moderieren, das zumindest. Also, tschö. Ja, wir sehen uns danach auf jeden Fall bei Red im Anschluss an FameMaker. Freut uns schon. Bis später.